bonko du musst ansagen ok hallo und herzlich willkommen zurück zu gta 5 mit dabei wie immer marcel und easy auf ein neues bist du immer noch traurig na willst du dass ich wieder weg drängen du kriegst in dem rennen sowas von rache rache wie was zum was ich müsste vorderrad bisschen anheben und auf die bank fahren ja das ist ja immer drauf knallt was ist das für ein rennen ich habe gewusst wenn ein rennen ohne übersetzung ist dass es scheiße ist das ist ein totaler rotz ja nummer eins wie kommen wir jetzt da durch durch den bus einfach durch den bus fahren das sind zwei türen offen wow wow durch den bus fahren das ist immer schön was ist das bitte für ein rennen man muss auf ein haus springen will die ich habe natürlich muss doch hier hat schon kein bock war er hat sich gedacht ne was ist das sind die besoffen alter was ist das für ein rennen hä auto hä was hä hä unglaublich also wer sowas baut der ist besoffe eindeutig besoffe ok wow wow was zum it's beautiful was ist das mit wie ich steig jetzt ab und auf die checkpoints mit high heels it's beautiful hallo hallo hi ha was wie du musst versuchen ganz an die wand zu kommen und den checkpoint zu holen was ich weiß auch nicht die falsche richtung fahr deswegen spawn nicht ja neu fedamt fast fast hat's geklappt Ich hab Angst was... Hey cool, da gibt's ein cooles Haus! Ich hab gar nicht gewusst was es gibt. Au! Hä, wie kommt man da hoch? Hä? Hä? Was? Wie? Ich bin verarscht! Das Spiel mobbt mich! Das Spiel mobbt mich! Hä? Hä? Was? Wir verzweifeln hier. Das wird wahrscheinlich so passieren. Ich war grad verzweifelt. Nee, grad verzweifelt. Oh, verdammt. Verwirrt! Ich spawne lieber neul, es geht viel schneller die ganze Zeit zurückzufahren. Da wo das Tennisspiel ist, da können die Abstellungen hinlaufen. Hä? Welches Tennisspiel? Wir sind noch an der Ampel. Hä? Was? Seid ihr noch am Haus? Ja. Hurra, ich bin oben. Wo geht's hier lang? Ach, hier. Komm, komm, komm. Ja, genau, genau. Was zum... Genau, ja genau, komm, komm, ich hecke fest. Oh Gott. Äh, okay. Hä? Was? Hä? Ich versteh's nicht. Hä? Die falsche Richtung. Hä? Wie soll man da hingekommen? Hä? Wie soll man da hingekommen? Wo ist der Checkpoint? Hä? Hä? Kann ich da hochklettern? Oh. Kann ich da hochklettern? Nein, kann ich nicht, natürlich. Hä? 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 Äh, 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 äh. Ersteckst du gerade? Ja. Irgendwie. Gönn die. Ich hab wirklich keine Ahnung, ach so. Lol. Durch die Hecke. Wer kam denn aufs... äh, 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 äh. Was zum Henker? Es gibt schon doofe Leute. Was? Was zum Teufel? Äh, wo geht's denn hier raus? Ach, hier. Komm ja nicht mal. Ähm, ne geht's nicht raus. Was machst du? Komm ich da durch? Aber teile ich natürlich nicht, ja? Natürlich nicht. Geh auf. Geh auf. Komm, komm. Ja genau, das schaffst du nicht rüber. Natürlich nicht. Nein, das ist ein Pool. Alter. 52 Checkpoint, geht's noch? Ja. Komm da nicht rüber, verdammt. Es können auch 62 sein. Ist positiv. Ja. Ich bin zwei Minuten vor eigentlich. Ja, schön für dich. Komm nicht mal hier rüber, verdammt. Wenn ich im Ziel bin, gebe ich euch Tipps. Kannst mich mal. Einschalten. Nein, du kannst mich mal. Einschalten. Kannst mich mal. Einschalten. Nein, kannst mich mal richtig. Achso. Einschalten. Nein, ich hab ja schon Angst. Nein, 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 nein. Komm da nicht rüber. Das ist unfair. Einschalten. Kannst du doch noch einen Monat. Nein! Mann, warum springst du so hässlich? Mann, hey! Oh Gott, nein, nein! Oh, ich fiel gleich gefährt! Hä? Wolang? Ui! Oh Mann, hey! Wo zum... Hä? Wo zum Henker? Was machst du? Oh Mann, hey! Nein, meiner macht coole Faxen, das muss ich sagen. Komm! Komm, lauf rüber! Äh! Der Erbauer von der Strecke, der hat gebannt. Bannt? Einfach gebannt wird er. Gebannt. Was ist denn falsch mit dem Ersteller? Hä? Loll! Hä? Er baut sowas! Hat er überhaupt sowas schonmal getestet? Ist das deine eigene Strecke oder so? Oder hat er einfach gedacht... Man muss es testen. Sonst gibt's nicht. Auswand ein Hacker ist, dann musst du es nicht wissen. Ja, merk schon was. Hm, wassup? Wassabi! Hä? 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 Ich verstehe es nicht. Es ist nicht noch zu hoch. Oh Gott, wie lang ist dieses beschissene Rennen? Ein paar Checkpoints. Ich bin jetzt kurz vor der Hälfte der Checkpoints. Und ich hab 10 Sekunden auf Marcel aufgeholt. Jawoll, ich gewinn das Rennen noch! Wir sehen nur noch 2 Minuten 20 Rückstand. Nur noch. Bei dir sind's 4 Minuten 13. Schön! Was zum wie zum wo zum da? Was zum wie zum wo zum? Ja, so in etwa. Nein! Na! Kannst du mal da runterfallen? Ich hab jetzt ein Auto geklaut. Passt schon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich... Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Hä? Ich bin... Aha, okay. Soll man das schaffen? Aber ich frage auch, welchem Checkpoint du bist? Welche Nummer? Ich bin 40. Okay, dann habe ich nur 12. Ah, boff! Nein! Wann? Die Straße! Nein! Auto! Auto? Ich hab mein Motorrad genau in den Bauch gekriegt. Genau in den Bauch. Absolutely! Ich rutsche mal den Berg runter. Ich rutsche, oh! Hä? Weeeee! Nein! Nein! Was der Haupt macht? Selbstmord! Was soll ich machen? Ah! Ich bin aus dem Auto gesprungen. Aus dem fahrenden. Ach du Scheiße! Komm raus! Komm rein! Er fällt ungefähr mit 200 Sachen den Berg runter. Ah, da ist die Schanze! Sagt doch einer was! Da ist die Schanze! Da ist die Schanze! Hast du was? Hä? Wo? Nein! 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 Null! Hä? Ich verstehe es nicht! Ab jetzt wissen wir! Nie wieder ein Rennen, wo keine Übersetzung entsteht! Definitiv! Was ist los? Was ist los? Nein! 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 Sehr aufregende Folge diesmal! Sehr spannend! Wir verzweifeln alle! Eier! Ja! Ja ich habe ein neues Motorrad und habe das Handy aufgemacht! Ja! 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 Ja, eine höre Rudolphどうche! Ja, so war es ungefähr Das gibt es doch nicht! finns doch! Siest doch! Ja! Dann kommt eine kurze Verschnaufpause und dann verzweifeln wir wieder. I believe I can fly. I can believe I can swimming in the pool. Wir verzweifeln einfach an diesem beschissenen Rennen. Ich springe einfach hier rum. Ich besaufe jetzt einfach in den Pool. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich springe an dir. Brems, bremst, 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 bremst. Nein, 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 nein. Nein, go, go, go. Go! Go! Yes, 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 nein, oh nein. Was ist da los? Was ist da los? Hey, du, das erste. Yeah! Jetzt nicht mehr. Ja, das dauert nur eine Weile, bis man da unten ist. Wir sind ja noch sechs Minuten. Was ist los mit dir? Ich lass mir Zeit. Oh, ja. Weil ich will euch eine Chance geben, was? Nein! Ja! Ja, genau. Er, hey. Er hängt ein falscher Mann. Nein, nein, nein. Schade. Doch, aua. Nein, 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 nein. Au. Aua. Mann, no. Ach, Gott, Mann. Ich will dieses Rennen beenden. Niemals. Wir werden es bis zur Wende durchziehen und bis wir verzweifelt haben und geheult haben. Falsch, falsch, nein. Fünf Stunden Folge. Egal. Fünf Stunden. Na. Komm ich weiter. Oder das Vorhof doch bei meiner Leitung so lange zum Hochladen. Ja, und? Verpasst doch. Oh, ist mir alles kalt egal. Ist mir egal. Egal. Nein, ich war den falschen Berg runter. Nein. Ist mir egal. Verflucht. Verpasst. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Hi. Hi. Hoi. Wow. Hoi. Oh, das ist... Wow. Alter. Ist mir egal. Aua. Es müsste unten eigentlich ein kompletter Motorradfriedhof sein. So langsam, ja. Die Motorrad-Leichenstabeln ist nicht. Leicht? Vielleicht aber auch nicht. Leicht? Das ist nur die Illuminati. Vielleicht ist es auch Manuel Neuer. Äh. Der ist out. Illuminati sind in. Ich habe gerade mein Motorrad im Fluss geparkt und bacht. Wenn du eins brauchst, unterm Berg kriegt bei uns eins. Eins? Dann liegen zwei, drei, vier, fünf Dutzend. Komm her. Komm her. Oh, falsche Richtung. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Nein, nein, nein. Boah, ich kack gleich Eiscreme. Du kackst gleich Eiscreme. Ah, er bleibt Eibel. Da war einer. Ist ein ganz harter. Nein, danke. Ich war doch gar nicht bei dir. Doch. Als bin ich immer wieder runtergestoßen. Wie weit seid denn ihr weg? Ja, sieben Minuten. Immer noch. Äh. Keine Ahnung. Bestimmt. Also bei mir steht sieben Minuten 26. Ja, das ist halt der Checkpoint, den er genommen hat. Wir warten hier aber auch schon vier Minuten, mindestens. Boah, das ist die spannendste Folge ever. Ja, Hammer. Äh, toll. Okay, toll. Boah. Ich komm da nicht rüber. Komm ich da rüber am besten? Nein, 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 nein 30 Minuten später. Genau. Irgendwann wird einer von euch schaffen. Irgendwann. Ich glaub nicht mehr dran. Ich hab die Hoffnung verloren. Er gibt gleich auf. Er verlässt gleich das Spiel. Gehantiert nicht. Nein, nein, nein. Ich spring ab! Wieso? Oh Gott. Das andere Rennen war zwar schon schwer und scheiße, aber das ist erst recht schwer und scheiße. Wär auch scheiße. Am Anfang ist kein Fallschirm mehr dabei, Mensch. Ist mir egal. Das Rennen hat schwach angefangen, aber hat auch unglaublich stark nachgelassen. Okay, den Spruch hab ich geglaubt, aber der musste sein. Ist mir egal. Egal. Ja. So, jetzt. Jetzt kriegst du's hin. Jetzt. Du kriegst dann auch keinen Leckerli-Motoriati. Leckerli. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich glaub's ja nicht. Und ab hier den Fluss. Oh. Geil. Okay. Und wieder Selbstmord. Ich bin ja Wasserleiche. Nein, nein, nein. Natürlich. Falsche Richtung. Ist mir egal. Ist mir egal. Ah, du bist auch da. Ernst. 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 Und der macht Haft. Zum Befehl. Ja. Kann das so sein. Yeah. Bei mir. Wo ich nicht mehr Checkpoint achte. Noch weiter oben. Nein, nein, nein. Oh, da ist nicht los. Ich mag Flüsse. Die sind zu schön flüssig. Wachtübe. Nein. Will jemand ein versenktes Motorrad? Solang's kein Wasser im In-Event Ventil hat, kein Problem. Oh, da steht da auch schon. Das gönne ich mir jetzt einfach. Aha. Hi. Aha. Okay, das ist mir weit gekommen. Ui. Wasserspiele. Hey, du rennst zum Checkpoint? Hey, warte. Ja, mit dem Motorrad komm ich ja nicht rüber. Warte auf mich. Mann. Ich baller nicht ab. Mann, hey. Baller, baller, baller. Wim dabei noch was. Ballermann. Der Ballermann. Der Ballermann. Der Ballermann. Man hat eine Baller, Baller, Baller an. Ein Ballermann. Der Ballermann. Der Ballermann. Alter. Ach, jetzt weiß ich, wo ihr die ganze Zeit gestorben seid, he? Reich, Spatz. Und nach der Reifen? Oh, nein. Oh, Mann. Verdammt. Verdammt, verdammt. Verdammt, ich hasse dich. Verdammt, ich hasse dich nicht. Verdammt, ich hasse dich. Verdammt, ich hasse dich nicht. Verdammt, ich hasse dich nicht. Ihr könnt eine Band gründen. Machen wir. Band. 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 Wir nehmen ein Band auf, in einer Band. In einer Bahn. In einer Bahn. Nein. In der Bahn. Wir nehmen ein Band in der Bahn auf. Nein. Auch. Auch, das Motorrad hat mich getötet. Was auf mich geflogen ist. Geil. Tatsphil? Nein. Okay. Das hast du überlebt. Nur was Motorrad noch am Ende gegen mich geknallt ist. Ja, ja. Immer die ausreffen. Ist so. Okay. Stopp dir. Ich schlag mich in den. Auch. Ja, das tat weh. Aua. Das tat ein bisschen weh. Hörner! Entschuldigung. Das musste ja ein bisschen sein. Nein! Nein! Gott sei Dank geht es dir genauso. Ihr seid fertig. Nein, noch nicht fertig. Noch nicht. Ich hab schon gedacht. Ich wollte schon sagen. Gott sei Dank. Aua. Ja, geil. Da kann die nicht mehr. Ich bin grad ein bisschen verzweifelt. Ach, da muss man hoch. Ach so. Da muss man hoch. Aua. Tut doch weh. Wieso? Nein, 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 nein. Bleib schön oben. Wir sind auf der richtigen Höhe. Jetzt noch ein bisschen links. Fall! Längs! Fall! Fall! Freuer Fall! Nein! Oh, Mann! Wo ist jeder Checkpoint? Ah, da ist er ja. Der ist weg. Und jetzt? Der ist weg. Und jetzt? Nein! Wir müssen ihn runter. Da ist der Checkpoint. Nein! Yes! Nein! Nein! Das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng! Nein! Ich bin gefallen! Nein! Nein, mein Motorrad ist runtergefallen. Nein! Doch! Einfach nur nein. Doch! Nein! Ich bin gestorben! Nein! Wieso? Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen! Er wollte nicht liegen. Aua! Mein Gott! Yes! Nein! Ich bin über das Ziel geflogen! Scheiße! Wie kann man über das Ziel fliegen? Was? Das ist gut. Das ist gut! War das Spiel, du hast gar nicht! Ich hab ein Motorrad gefunden! Das war eins! Ja, ich glaube, ich laufe jetzt als Eiskalt drunter! Als Eiskalt drunter! Mach das! Komm, komm! Komm, laufe du alte Kuh! Lauf! 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 Ja, war jetzt den Berg runter! Aua! Aua! Nein! Das geht nicht! Verdacht! Yeah! Haha! Gott sei Dank! Alles reicht! Gott sei Dank! Alles reicht! Ich bin ins Ziel gefallen! Ich bin mit Dago gerannt! Jaaaa! Boah, wegen paar Sekunden! Gott sei Dank, ey! Oh, 20 Minuten! Was für ein Rennen, ey! Huiiii! 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 Autsch! Tschüss! Ich will nur einmal jumpen! Lass mich doch jumpen! Da, super! Oh mein Gott, Alter! Haha! Ein Rennen, das an die Grenzen geht! An die Grenzen des Wahnsinns! Definitiv! Gut! Dann war's das für heute mit dieser Folge, die lang genug ist! Ja! Das ist die richtige Reaktion auf das Rennen! Dann, bis zum nächsten Mal! Bis dann! Tschau! Tschüss! Tschüss! Tschüss!